So, jetzt nächste, next, next try und auf geht's. PvP, eben hat Chris genervt, genau der hier drin ist, alle zu Flame, Passandos92. Alle deabonnieren, disliken, auf Facebook haten. Like I care. So, wo bist du hier? Bist du schon drin? Ja, ich bin richtig tief drin. Mhm. Ah, scheiße, deine Hunde machen zwei Schaden. Nein, benutze deinen Trank. Meine Chance. 30 Sekunden cooldown. Ich werde dich tötet. Meine Skills sind so useless, ey. Bleib schütteln, verdammt. Du kriegst mich nie. Nein. Nein. Nimm mal deine zwei Kunde da weg, ey. Ja, jetzt hat der wieder gebrückt. Shit. Nein, geh doch weg, man. asozial. Jawohl. Vorsprung. Ich kann mich immer noch teleportieren. Nein. 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 Bleib stehen. Nein. Ey, wie viele Drecke hast du? Sag ich nicht. Tobi, hast dir bestimmt mal 1000 Drecke gekauft. Das ist deine Taktik. Nein. Ja, darf ich gehen. Nein, helf. Bleib stehen. So. Nein. 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 Oh, wenn du... Fick dich. Ja, der hat das eindeutig verloren. Oh, Mann. Ich hätte doch länger entkommen müssen. Ah, jetzt Homo. So, Chris, er hat zweimal gestorben. Ach, dreimal, okay. Das ist der allergrößte. So, das war's zum PvP-Video und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Peter. 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 Peter.